Puristisch, sportlich und edel designed für das Riese & Müller Roadster Modelljahrgang 2018 wurden diese Eigenschaften nochmals verfeinert. Eng an die Laufräder angestellte Schutzbleche in Rahmenfarbe und die Verwendung von schmalen Leichtlaufreifen unterstreichen die Roadster Ästhetik. Als Antrieb fungiert der neue Bosch Active Plus Motor mit 400 oder 500 Wattstunden Akku. Es gibt Modellvarianten mit 8-Gang Shimano Nexus, 10-Gang Shimano Deore und 11-Gang Shimano Alphine mit Riemenantrieb. Das neue Roadster ist auch mit niedrigerem Einstieg und als 45 kmh S-Pedelec verfügbar. Preise ab ca. 3000 Euro und ab Herbst 2017 im Handel.